Wie viele Kerzen müssen auf die Torte? Ich weiß es nicht, mir fehlen die Worte. Das Wort ist der Mantel, in dem der Sinn auf seine Entstehung wartet. Das hält uns auch nicht weiter. Bei der Sinnentstehung? Nein, bei der Anzahl der Kerzen. Für ein Geburtstagskind? Wofür sonst? Wie alt wird es denn? Das ist die Frage aller Fragen. Kannst du mir seinen Namen sagen? Sein Name lautet Dominik. Dominik wie? Dominik Schmidt. Ein Verwandter von Harald Schmidt? Wenn, dann ist das nicht publik. Kommt er aus der Dominikanischen Republik? Nein, aus Frankfurt am Main. Ein dominikanischer Frankfurter? Wie schmeckt denn ein dominikanischer Frankfurter? Wie bitte? Sind Frankfurter nicht zum Essen? Dominik kommt aus Essen? Nein, Dominik kommt aus Hessen. Ich dachte aus Frankfurt. Hessen ist ein Bundesland. Hessische Messer sind besser beim Essen. Von dominikanischen Frankfurter? Schnauze! Ich hatte mal ein Schnauzbart. Wie alt warst du da? Das ist schon lange, lange her. Welches Alter erreicht Dominik denn nun? Alter verpflichtet. Alter vernichtet? Gut Ding will Weiler haben. Da wird auch jede Butter ranzig. Dominik wird 22!